Moment mal, was ist das? Wer heißt der? Ein Shih Tzu. Wie schreibt man das? Ein tibetanischer Tempelhund. Und wo? In der nördlichen Auffahrtsallee. So was wäre ein Pekinese. Weiß. Was? Ach so, der Besitzer heißt Weiß. Und der Hund, wer heißt der? Der Vater heißt Prickles Golden Denny. Sag mal, braucht man denn das alles? Und die Mutter? Bamertag. Bamertag sozusagen. Und er selber, der Shih Tzu? Nein, das schreibst du mir jetzt alles auf und dann schickst du mir's mit dem Telex. Überhaupt möchte ich das jetzt alles mit dem Telex haben. Verstehst du? Weil das ist mir dann wurscht. Das ist euer Problem. Ich bin ja nicht beim Erkennungsdienst. Servus. Glaubst du, das geschieht mit dem? Bier und lleg dir. Hier ist das. Ich bin ich da. Ich bin ja nicht wo. Vielen Dank.